hallo und herzlich willkommen hier auf mein knapp hier glück oder kommen richtig wenn es wenn ich glück oder kommen begrüße ich hier zum neuen video richtig card rider drift ja ich hatte mal wieder bock heute mittwoch also heute mittwoch 19 und 30 card rider drift und ja lange rede kurz zu sehen ihr kennt das ja alles mit abo abonnieren liken kommentieren ich muss es nicht erwähnen wenn ihr bock habt macht es würde mich sehr freuen und los geht's schnelles rennen und wie immer dieselben karten wir kennen sie doch alle richtig waldholzfäller spritze spitze keine ahnung okay ich habe kurz vor das ist wohl dann der zeitpunkt gas geben muss ich hoffe das auch nicht nicht so laut kommen letzten die war es ein bisschen laut ihr kennt mein problem ich habe ein pc vor ein paar wochen wieder neu aufgesetzt noch mal und dementsprechend die banane super dazu gerade vor mir abgeworfen und dementsprechend muss bei jedem den neuen anfang sound und alles aber ist nicht schlimm warum nicht ich habe gerade gedacht die aufnahmen läuft nicht packt aber jetzt und scheiß ich dachte muss bei zwei oder so drücken nur hier musst du bei gott rücken hat auf jeden fall einen sehr guten start dadurch nein der rakete dem po auch man muss auch sagen bis jetzt bin ich noch total still ich von meiner laune mal gucken ob das so bleibt naja wie gesagt manchmal ist der markt oh mein gott oh mein gott oh mein gott drifte doch manchmal ist immer kriegt echt gut und manchmal ja baut man scheiße er hat nicht mehr gelenkt er drücken müssen habe es nicht naja dadurch habe ich den ersten verloren macht nichts kann passieren ich bin letzter das darf eigentlich nicht passieren aber es ist ja fun es geht hier nicht zu zeigen und ich zeige euch wie ihr besser werdet ich möchte euch einfach nur unterhalten und euch was zeigen was ihr vielleicht so nicht spielen würde und ja ich wiederhole das und ich habe schon mehrere videos davon gemacht aber auch vielleicht interessiert euch ja auf jeden fall würde mich auch eure feedbacks sehr freuen ich möchte eigentlich meinen kanal ein bisschen umstrukturieren und irgendein game zocken und so aber die zeit komme ich nicht dazu damals das schutzschild aktiviert wenn ich das wüsste auch kommt schon mein herz sagt war du los war mindestens auf halb mein herz mag nicht mich die hat gehört bei der wilo oh mein gott ja ich muss gleich mal das kabel einstecken das mache ich gleich wenn wir in der zwischenzeit bis die nächste runde starte da habe ich drei minuten locker das ist so aller peller die kennt man nicht anders warum bin ich eigentlich ausgebremst ich bin sechster verdammt das mit vorbei ich bin kein star aber lass mich raus und schon zeigt mir ein anscheinend ja los markieren hier ist baby der markt ist so toll ich bin vierter ja das trifft ein griechenchen das ist das problem ich bin an der alten vorbei wie oft sagt man das im leben habt ihr das gesehen ja es wie oja gletscher eisbrecher passt kenne ich die schon ok bei go aber 1 gedrückt packt also ich glaube wirklich sollte das wort dass du hier wirklich bei gott rücken musste triggern muss sonst funktioniert das nicht aber ja es sollte sich ganz so richtig erkennt man die schon ja klar die kennt man schon probleme und frage ich habe mir technisch wie ein sieb also ich muss mir weiterhelfen ich habe eine banane getroffen nein der rakete abbekommen also seltsam war das ist auf meiner sicht von der ausnahme der runde davor dass mich der eine auf den ersten platz geschubst hat komischerweise war ich nachher auf dem zweiten und treppchen das habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen weil eigentlich war ich erster aber okay da gibt mir jetzt alles mist ich habe es nicht getroffen scheiße doch die kennen schon keine karte die kennen wir schon also schöne karte natürlich auf jeden fall klein und ich war schon wieder rein ich bin so gut naja gut ist wenn ich vier tag können wir machen jetzt bin ich schon seit der leckten bisschen und er muss auch genau vor mir meinen fragezeichen nehmen das geht auch nicht anders nur dass er das andere genommen hätte weil eigentlich daran gedrückt und wir ja 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 geil geil hat funktioniert man kann wie gesagt auch driften ich krieg das aber nicht hin da bin ich ganz ehrlich da glaube ich dass links eine vorbeifährt ja hier rechts okay ganz seltsam nein 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 das ist so eklig mal dass wir mario kart ist einfach nur eklig wenn die leute hinter die raketen haben und du bist deswegen abgefahren okay der erste wird ein bisschen gebremst kein problem wir können aufholen letzte round let's roll blöcke ich habe was getroffen ich habe noch nicht so alt dafür das war jetzt nicht ganz so gut ich habe gerade links unten in die rückspiegel geguckt und sehen auch wie sich das von mir aufbauen so nein ja ich konnte nicht ausweichen kummer der leckte komisch ach guck mal das zeichen dann ganz an und ping als wir ist das schlimm ja schon natürlich ganz ehrlich ich werde dritter nein ich konnte nicht anders oder normal naja gut das ist online online bin ich echt scheiße wie ich auch dazu was haben wir jetzt das fünfter jahr für das ok ja und weiter geht die strecke hatten wir schon oder gepflastert nie noch gar nicht okay bei go go also muss man durch drücken dann kriegt man guten start heißt okay ist mal gegen alle hot wheels und mario kart regeln aber nein aber kann man machen warum nicht läuft und ja danke fürs freiräumen sechster das hat sich gelohnt nein ich bin einmal knelt ich bin einmal knelt so bin ich so bin ich eigentlich erster geworden wieso bin ich zweiter laut egal also der marke kann für beide seien gut sein er kommt mir an mich ran und ich und ich wurde nach vorne gepusht oh mein gott das war zuvoll alter steht das hat gerade so gepasst das hat gerade so gepasst wort der herr ich habe mich erschrocken und hauen die auf einmal neben mir auf das schutzschild bord das bringt so ein schutzschild wenn es nicht funktioniert allein wie englisten das fahrerfeld dass sie auf einmal alle alle bei mir sind ich bin der erster und kriege einen ab und und alle beholen mich so na ja natürlich danke wo ja wort mein auto stand an der wand das ging nicht mehr das war die blitzelte also mehr als vollgas geben kann man den game nicht aber irgendwie funktioniert es nicht irgendwie hat da jeder die bessere position hat sich aber ich verstehe auch nicht dass die fälter so nah beieinander sind und dass das schutzschild bullshit macht auf jeden fall nicht schützt so kann ich wissen zeitgut machen ja sehr schön so dumme idee aber egal ja das war nicht ganz gut du kannst da nicht mehr lenken wie kann so wie zum thema erster danke schon wieder siebter das macht nichts egal holzfäller piste ich glaube die hatten wir uns schon mal nicht vergessen bei go go als wobei ja und dann habt ihr den turbo nice ja ich bin das schlechteste fahrer die es gibt glaube ich genau die strecke hatten wir von schon muss aber dazu sagen ich glaube ich müsste mal dritten lernen ich müsste auf jeden fall die game dritten werden denke ich mein gott bin ich an der eichen vorbei gefahren das habe ich bei den kurven gemerkt ich habe nicht auf die schnauze bekommen so kurz zum ziel und dann auf einmal ja ich fahr voll rein scheiße läuft gut und dann auf einmal ja komplett gebremst und ziel verloren kein problem weiter weiter geht's kommen die gas nicht bremsen also wie nah sie die im bein hier ja natürlich super geil ja läuft wieder mal die kurve nicht bekommen und voll in die kürze reingefahren läuft also jetzt online ob der mario kart oder card rider zurück ich glaube ich bin einfach scheiße online ist nicht meins naja wie man sieht ist ja ein rein japanisches game man hat natürlich sehr viele japaner chinesen ich kenne die zeichen nicht weil eine bremst dich gerade selber aus das gibt es nicht und wer weiß was für eine vpn das ist und warum diese gut sind genau ich habe direkt wollte ich habe gar nicht banane gedrückt nein hat die falschen plopp gedrückt nein ja das schutzschutzschutzschutzschutz Müll wie so vierter wie dritter wo kommen die linien her ja wie gesagt man muss das driften lernt ich glaube es reicht auch vom gas geben muss da ein bisschen ich bin da zu selten drin ja vom gas gehen ist auch schon ganz stark nein das ist von mir eingeschlagen beschleunigen beschleunigen hallo ich bin jetzt achter weil das auto nicht beschleunigt hat ich bin mit dem ich drückte voll durch und das ist ein bisschen art wie mich ganz ehrlich ich war erster doch ich wäre noch erster geworden aber das spiel hat nicht beschleunigt oh mein gott ja super idee nein alter geht zwar und scheiß man merkt dass kein mario kart okay 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 hallo und hey was soll ich sagen das waren runden also ja die runde habe ich mir selbst glaube ich im weg gestanden behaupte ich jetzt war die andere davor auch wenn es euch gefallen hat ey lasst doch mal ein abo da schaut was sie kommt darin wird die glocke ich euer glück oder kommen würde mich tierisch über freuen ich würde auch sagen das war es jetzt kurz und knackig vier runden und ja wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bei kathreiser 12 wann weiß ich nicht aber schaltet dann bitte ein ich bin ich mir draußen glück oder können